Herr Präsident! und ich möchte mich an die vorgegebene Zeit halten. Ich möchte den Kollegen Lukassen von der AfD-Fraktion zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Ich werde mich an die vorgegebene Zeit halten. Wir sprechen heute über jene Männer und Frauen, die mich über drei Jahrzehnte als Kameraden begleiteten. Männer und Frauen, die als Zeit- und Berufssoldaten einen Eid ablegen, unserem Land treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Aber die Grünen und ihr, Herr Lindner, wollen diesen Eid, wie wir gestern hörten, auf den ganzen Planeten ausdehnen. Meine Damen und Herren, die Gefahr für Leib und Leben ist integraler Bestandteil des Soldatenberufs. Wir entsenden Soldaten in den Einsatz gerade, weil es gefährlich ist und weil nur sie in der Lage sind und willens sind, diesen Gefahren zu begegnen. Diese Gefahren für unsere Soldaten dürfen wir als Volksvertreter nur akzeptieren, wenn sie in einem angemessenen Verhältnis zu den gesetzten und erreichbaren Zielen des Einsatzes stehen. Das ist in Mali nicht der Fall. Die Bundesregierung sagt, dass MINUSMA dazu beiträgt, Mali zu stabilisieren. Sie wollen den Frieden dort sichern. Sie wollen die Bevölkerung schützen. Sie wollen den Sicherheitssektor aufbauen. Sie wollen auch die Menschenrechte schützen und humanitäre Hilfe leisten. Sie wollen die Einheit Mali sichern. Kurzum, sie wollen das große Ganze. Und wie die Verteidigungsministerin es uns eben sagte, sie sieht auch Afrika als Kontinent der Chancen. Was wollen Sie aber konkret bis wann erreicht haben, Frau Ministerin? Und vor allem, was ist das konkrete nationale Interesse Deutschlands in diesem Land? Stabilität? Malis Einheit? Oder wollen Sie unseren französischen Freunden Schützenhilfe gewähren? Auf solche Fragen geben Sie keine Antwort. Und das kennen wir bereits von einem anderen Beispiel. Vor einigen Jahren redete sich die Fraktion von CDU und CSU an diesem Ort einen anderen Einsatz schön. Mit den gleichen hohlen Floskeln. Auch da wollten sie Stabilität und Wiederaufbau. Sprachen unentwegt über eine angebliche vernetzte Sicherheitspolitik. Sie wollten Polizei und Armee ausbilden. Eine gute Regierungsführung implementieren. Und natürlich auch die Achtung von Menschenrechten durchsetzen. Drittes Dezember 2009. Hier an diesem Pult. Die gleiche Verharmlosung. Die gleiche Strategielosigkeit. Nur ein anderer Einsatz. Nämlich Afghanistan. Das Ergebnis kennen Sie alle. Es ist eine Katastrophe. Und heute in Mali wiederholen Sie dieselben Fehler. Aus der Geschichte gelernt. Fehlanzeige bei dieser Bundesregierung. Nur an einer einzigen Stelle wird die Verteidigungsministerin konkret. Es verliefen in Mali, und ich zitiere, die Routen für Schleuser und Schlepper. Dort werden Menschen, Drogen und Waffen geschmuggelt, Frau Ministerin. Was tun Sie konkret dagegen? Die Antwort lautet nichts. Warum gibt es denn keinen Kampfauftrag gegen Schleuser? Warum wird deren Logistik nicht zerstört und das kriminelle Netzwerk zerschlagen? Trotz der tausend entsendeten Soldaten ist die Wirkung in der Fläche dieses riesigen Landes verschwindend gering. 80 Prozent der Truppe verlässt das Lager in Gau nicht. Und der Rest kann durch eine völlig unzureichende Luftbeweglichkeit nur in der Nähe des Lagers operieren. Und Sie haben es gerade eben dargestellt, Frau Ministerin, dass ab Mitte des Jahres 2018 die Hubschrauber herausgenommen werden, in eine Rotation mit anderen Staaten dieser Welt gehen werden. Aber was Sie nicht gesagt haben, ist, dass diese Herausnahme der Hubschrauber, wir reden hier nur über vier Transporthubschrauber und vier Kampfhubschrauber Tiger, dass diese Herausnahme zwingend erforderlich ist, weil wir im Heimatland die Soldaten, die Flugzeugführer, die fliegenden Besatzungen nicht mehr ausbilden können. Sorgen Sie bitte dafür, dass die Voraussetzungen für einen Einsatz in unserer Truppe gegeben werden, damit wir auch guten Gewissens unsere Soldaten in den Einsatz entsenden können. Aber selbst wenn der Kräfteansatz ein anderer wäre, Sie haben gar nicht den politischen Mut, gegen die erstarkten Islamistengruppen im Norden Malis vorzugehen. Die Versorgungskonvois der UN auf den Routen nach Osten und Norden werden fast täglich angegriffen. Es vergeht fast keine Woche ohne Trauerfeier für einen Gefallenen im Hauptquartier in Bamako. Es handelt sich dabei meist noch um Soldaten anderer Nationen. Schlimm genug. Wenn es allerdings so weitergeht, wird irgendwann auch unsere Nationalflagge auf Halbmast wehen. Und wofür? Seit die Bundeswehr in Mali stationiert ist, hat sich die Sicherheitslage dramatisch verschlechtert. Und die Parallelen zu Afghanistan sind nicht zu übersehen. Wir können heute bedauerlicherweise, aber zu Recht von einer Afghanisierung Mali sprechen. Wenn Sie unsere Männer und Frauen in Uniform in einen Einsatz schicken, Frau Ministerin von der Leyen, dann ist es Ihre Pflicht, Sie mit einer tragfähigen Strategie und den dafür erforderlichen Kräften und Mitteln auszustatten. Beides fehlt in der MINUSMA. Und daher stimmt die Fraktion der AfD dem Antrag der Bundesregierung nicht zu. allen. Dr.